Hallo Leute und Willkommen zu einer neueren Folge Waro. Ich bin ultra gespannt, Liam ist gestorben. Wir drohen auf den Server. Wir sind jetzt bei Folge 3. Oh ich lege. Ok, gut, perfekt. Ok, ich habe schonmal bisschen Stuff, aber ich bin so angespannt. Ich habe mir die Corlys von der Höhle, die habe ich letztes Mal vergessen. Ich werde sie diesmal ausblenden. So, in die Richtung. Ähm. Boah, bin ich weit gelaufen. So, da lang. Hunde. Ja, ich habe noch genug Essen, schön. Ähm. Hier. Und da lang. Ne, da lang. Fuck. Energy sucks. Oh man. Ich bin... Ich bin... Mann, es tut mir voll leid, dass das Leben schon gestorben ist. Hä, ich bin jetzt weit. War das da oben? Ich glaube schon. Ich baue mich mal hoch. Oh fuck. Ich habe eine Schaufel. Hm. Ich habe eine Schaufel. Hm. Bin ich dumm? Hier. Genau da. Ach hier. Ja. Ich bin dumm. Gut. Kann ich Corlys wieder zumachen. Ähm. So, das. Gut. Ach. Ich bin so scheiße angespannt. Und... Das ist ein Creeper. Oha. Oha. Oh mein Gott. Der Blockhit. Ich nehme alles mit, was ich hier noch finden kann. Weil das ist einfach so wichtig, dass ich jetzt genug Ressourcen farme. Auch wenn Liam jetzt tot ist. Es wäre natürlich 30 mal schneller gegangen mit ihm gefühlt. Aber gut. Ähm. Ich nehme ein bisschen Kohle noch. So. Hoch springen. Gut. Ähm. Da ist Gold. Ich glaube hier ein bisschen in die Richtung gegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das sieht so aus. Oha. 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 Gut. Ja. Das weis Skelette. Hallo. Ja ich bin gerade beschäftigt. Ähm. Is... Nehmen wir gerade auf. Gut. RIP. Egal. Pass schon. Ähm. Hier ist noch ein bisschen Eisen Ich bin gerade voll Brain of Car Ich wollte mir unbedingt noch einen Armboss machen Bevor ich hier weitermache Beziehungsweise dann auch noch Scheiße Beziehungsweise dann auch Irgendwann halt Enchanten, weil ich hab Mir fehlt glaube ich nur noch Ja mir fehlt halt nur noch Bisschen Leder Ich glaube ich kann das Essen Mal schon mal braten So Zack 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 Gut gut Gehen wir hier außen rum Und gucken die Höhle Checken die Höhle nochmal ein bisschen ab Okay Es ist halt bitter, dass er jetzt gestorben ist Mann ey Ich bin einfach ultra traurig, dass er down ist Oh Mann Das ist glaube ich ein Fledermass Oh mein Gott Ich hab mich schon erschrocken So Und wieder ein bisschen essen Und wieder ein bisschen essen Ähm Ähm Wer ist denn alles drauf Okay Oh fuck Blaupilz Ich weiß halt nicht wie die spielen Ich hoffe die spielen nicht so offensiv, dass ich halt als Solo jetzt Ähm Den zum Opfer fallen könnte Ich baue mal einfach die Höhle ab Ey Ich muss mir kurz mal hier Eine Eisenpicke bauen Das ist echt zu belastend Gut 24 Steak ist schon lit Mates Mates Andersseits Kann ich mich irgendwie einbauen Okay gut So Hat er mal So Ist immer ein kleiner Trick Den ich immer gerne anwende Gut Können wir jetzt auch noch das Eisen mitnehmen Hier Hier unten Wie viel Höhe bin ich Okay Hallo So Könnten wir schon mal ein bisschen Strip minen Aber es leckt ein bisschen Habe ich So ein Gefühl Ich glaube ich baue hier Oh Schön Kohle Lassen wir aber erstmal liegen Oh Mann Wallapis Oh mein Gott Oh mein Hallo Ey belastend Hier Für die XPs Nehme ich auch Redstone mit Bin grad beschäftigt Moment Moment Oh mein Gott So Oh mein Gott Oh mein Gott Komm auf Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Pssst Lava Hier reinbauen Oh man, geil Habe ich noch eine? Nö Muss ich mit der Eisenspitze weiterbauen Eins, zwei Hier Oh mein Gott, bin ich retarded Ich habe so ein Gefühl, dass die es echt nicht oft spawnen Hier aufbauen Da ist noch ein bisschen Hier ist noch Lava Oh Gott, risky boy Hm Hm Reaktiv entspannt noch vier Minuten Das Eisen nehme ich mit Mach ich kurz zwei Öfen Bin ich dumm? Oh So Hallo What the fuck Ich werde halt Ultra voll gespammt überall Oh Oh Okay Ich habe mein Handy Ich habe mein Handy auf die Dings Auf meinen Schreibtisch gelegt Weil Man muss halt immer reinschreiben In der WhatsApp Gruppe Wann man joint Und Ja Deswegen ist es halt schon Belastend Oh Ich habe Diaz Nein Nie im Leben Was? Diaz Oh mein Gott Oh mein Gott, ich habe Diaz Oh mein Gott Ich habe Diaz Oh mein Gott Oh mein Gott Worth as fuck Niemals Als ob Jaaa Wahrscheinlich Ich hoffe Dass sie nur Scherze machen Sonst Haben wir echt Pech Weil Boah Wtf Wtf Angeblich Jaaa Ich glaube nicht So Looten wir mal raus Oh 4 Diaz ist perfekt Oder? Ne Ich hätte 5 gebraucht Rip Passt schon Ähm Machen wir einfach hier noch einen Wie oft sollen wir drauf stellen? Halt doch dein Maul Ähm Perfekt wir haben meinen Amboss Wurde es schonmal Worth Da ist noch Eisen Ich nehme mich direkt mit Ich habe noch nicht so viel Kappa Noch 1 Minute 43 Was soll ich hier nochmal rein machen? Ich finde auf der Höhe irgendwie grad mehr Baue ich mich hier nochmal kurz rein Baue ich mich hier nochmal kurz rein Oh man Ich bin so angespannt Boah Okay hier ist eine Redstone Ich habe so viele Level Übel nice Ich glaube ich wirf das Redstone mal weg Ich glaube ich wirf das Redstone mal weg Oh diese Paranoia ist echt schlimm Hier ist eine Redstone Bisschen Kohle Und dann Ripp 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 Ahah Oh Oh fuck Baue ich schonmal die Öfen ab? So Draft mir nochmal schnell Einen Eisenpicker 10 Sekunden Ich will nochmal kurz reinbauen Dias finden Schade Gut Dann würde ich mal sagen Was auch mit der heutigen Folge Waro Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja, lasst einfach eine kleine Freshe Bewertung da Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt Lasst noch bei der Leute Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Und tschüss